wo ist mein wasserlaufen wenn man es mal brauche früher wäre nach links wichtig gewesen für eine westung alt deswegen nicht wegen dem bach ja also ganz früher ist das nicht überlebt ohne den bach ganz früher sind wir bei ganz früher nein nein der lässt holt er die nicht aus dem wasser raus ja könnt ihr ruhig auch mal ruhig ein stückchen baden ich schick dir mal ein paar hunde darüber und waffenbuff wäre nicht schlecht hat seine vorteile siehst du mal haben wir so die instanz geschafft auch nicht fünf leute waren waren nur drei genau danke dass du das gleich für mich gesagt hast ja ich dich nicht wieder diesen hast du gleich den selbst ist verpasst ach so das sehe ich nicht so aber okay ja ich spiel rüstung sogar für die idee es ist er worden sind jetzt dem akkuschrauber ist das bringt mir nur nichts aber macht nichts meine schulter ist besser sind das naja gut das ist eine instanz für level 63 ja hast ja gesehen dass wir niemand für eine 63 aber schaffen man 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 aber dafür gönne ich mir jetzt was für eine schulter dass das besser ist ach ich habe eine lederschulter hätte ich vielleicht doch mit würfeln soll warum bin ich schon wieder deine dungeon anführer will ich aber gar nicht haben dann mach mal gruppe verlassen kann ich dich auch wieder einladen einladung ich dachte ich wäre in der gruppe ok jetzt nicht mehr augen auf straßenverkehr so machen wir eben schnell die question fertig können wir uns theoretisch für die nächste instanz gleich anmelden ich hab da gras ips gekriegt wer haut sich denn hier ich ach so so mal gucken ob du jetzt wieder hier dass das das häuschen bekommst dafür dass ich es abfacke auch das nur einer hallo um seitdem schon wieder wir haben das hier nicht schon wieder alleine packel mal die letzten zwei häuschen ab ich habe gerade eins abgefackelt hast du es nicht gekriegt doch fehlt nur noch eins doch fehlt nur noch eins das ist komisch ich krieg das nicht ab ich darf wieder selber arbeiten da nimmt das auch persönlich läuft dann hin ach da da ist noch so ein brennendes hütchen das brauche ich folge einfach mal den mobs die dir hinterher laufen nur auf immer dem wütenden mob folgen immer kommen schon zu mir genau ich bin von der wand gerannt ich sehe nichts ich sehe auch nichts ich sehe nur flammen genau Flamin ach die Hütte ist so klein ach so weil ich sehe wirklich gar nichts hier ach das ist nicht schlimm so dann benutze ich mal das Feuer Menschlich du gehst dir wieder raus so Quest komplette und da liegt noch was zum Looten eins so auf zur nächsten Quest was haben wir denn äh du 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 Questlob wird mir in die fünf Dinger gezeigt ähm ne das nicht das haben wir das ist Zangermarschen schlammtauchen und finsterblut wir können auch für den Ami ja auch den Zahnarzt ziehen äh den Zahn als ob wir irgendeine Quest für ihn machen ich bitte dich den Zahn ziehen ja den Zahn kann er sich wirklich ziehen ja wohin Norden, Osten, Westen, Süden, Oben äh äh folgen wir Amiga Link ne ne wieso du hast doch bestimmt auch noch eine Quest die du unbedingt dann machen willst so ein Gruppenquest der Fette der um um das Osho-Gun rumläuft den hab du allein den machen wir kein zweimal nein den hab ich nämlich allein nicht geschafft ich hab's versucht da haben wir die Quest haben wir auch noch gar nicht ne genau du hast noch keine angenommen im Dorf die habt ihr ihn nicht ach ja stimmt dafür müssen wir erstmal zum Dorf ey der Komische da vorne der Dorftrottel wollte nicht ins Dorf wer ich nein du äh ja die Kriege besitzen keine Intelligenz nein ist schon klar doch 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 30 Grundintelligenz mit 14 durch irgendeinen Scheiß Baff ey kriegst gleich wieder kriegst gleich wieder einen Baff von mir ey da hab ich noch mehr ey den nenn ich dich hustinette nicht mehr Horstinette ja pro's Mahlzeit ja Gesundheit äh wir brauchen noch irgendeine Quest hier um überhaupt irgendwie hier erstmal Quest annehmen zu können ähm oh was braucht man denn da eine Zuführung einer ne aus den Zangermarschen ähm ich kann Quest annehmen hier unten ähm schauen wir mal habt ihr die Arena Quest schon ja haben wir hab ja auch zwei Quest die kann ich annehmen oh god unfähige Anführer nehmen wir mal und Nessing Valley Safari ja da waren wir ja noch nie ach und da sind jetzt plötzlich noch 300.000 Millionen andere Quests naja da schaltet einiges frei ach steh mal nicht so im Weg du Vogel ja keine Daily also kann ich die Quest hier nicht annehmen ich auch nicht dann ist er wahrscheinlich wirklich noch nicht vorgesehen oder der Ruf ist nicht hoch genug die sind ja auch noch orange ne und die anderen sind grün wo wir angenommen haben Collage hier hab ich noch so ne Quest kann ich annehmen den nicht den auch nicht und den auch nicht und den auch nicht gut dann geben wir uns einen drohenden Elemente geben da mal paar Quests ab das ist ne gute Idee habe ich nämlich auch zwei abzugeben die Arena Quest können wir ja eigentlich mal versuchen du Tank ich Heili ich denke ihr habt die schon die haben die schon ja wir können ja mal eine Ausnahme für dich mal eine eine Quest machen Ausnahmen bestätigen die Regel nein ich hab sie nicht ich hab auch keinen roten Bart und ich bin auch kein Wikinger das muss nicht unbedingt Moment du mit deiner Gesichtsmuschi hast kein Zahnbluten okay ich wollte noch sicher gehen hab ich hier doch nichts abzugeben hm doch irgendwo muss doch hier was sein vielleicht bei den großen Golem ne der hat ein graues Fragezeichen Moment oder wahrscheinlich wurde sie angezeigt weil wir die Fragezeichen hatten das kann sein ja jetzt ist die Anzeige weg okay einmal fliege ich noch eben schnell hier zu Nessing wer ist gedöhnt für das eine Fragezeichen was ich da hab kannst du mal bitte aus meiner Kamera rausgehen Amiga Link ich bin hinter dir warum bin ich da in deiner Kamera das ist nervig deine Flügel die nerven ich bin einen halben Kilometer hinter dir habt euch lieb ne meine Frau sitzt neben mir kann ich jetzt nicht sagen dass ich ihn liebe ah ja schöne Grüße an euch beide schöne Grüße zurück kann ich hier was abgeben oder sind dann auch eure Fragezeichen das sind auch eure Fragezeichen alles meins wir haben hier aber drei offen das sind die drei Ent Quatschen von der Nessing ja dann lass es sie doch machen für ihn die kriege ich glaube ich auch alleine umgeklöpft das will ich sehen genau mach das mal genau Mammut wir lassen ihn ich hab die nur nicht gefunden bisher ansonsten dann einfach mal mir folgen wo bist denn du? in der Luft fliehst du erst den Geier? ja ok den Geier hab ich gar nicht gesucht ja warte der lügt sich hier ein ja er ist da ja nee den Geier hab ich wirklich nicht gesucht ja ich hab sie alle nicht geschafft ja aber den Geier hab ich nicht gesucht aber den Rest hab ich nicht geschafft das sind die richtigen naja bist du mit dem Mütchhausen verwandt? äh weiß ich nicht müsste ich mal Ahnenforschung betreiben Ahnenforschung ok ja bist du ja nackert richtig hier laufen ganz viele Ahnen rum kann ich meinen Onkel mal fragen der betreibt wirklich Ahnenforschung oh Gott mein Beileid ja das ist doch wie mir im Hauch gerade gedacht ach das ist gar nicht so uninteressant muss man sagen ja hast du jetzt damit gesagt wäre für mich nichts das zu machen aber äh ich hab mir das mal angeguckt bei dem ist wirklich interessant und für sowas werden Leute vollzeitmäßig bezahlt ja er aber nicht ok er hat Teilzeit er hat einfach aus Interesse mal angefangen ja äh ich glaub bei den bei seinen eigenen Eltern nachzugucken wer denn da alles noch im Stammbaum hängt und so und das hat er dann auf die komplette Familie ausgeartet ausgeweitet oh Gott da kommen echt interessante Sachen zum Vorschein die hängen noch alle im Stammbaum mhm als Mittelalter an die sich erhängt oder was oder warum hängt sie drin glaub ich auch glaubst du ja nicht wo ist er denn da da steht er ach du bist am Erz abbauen ja sorry ich brauch mal ne Drogen ja mach du muss ich ein bisschen links halten sowieso auf eine andere Seite der Straße ich muss das Ufer wechseln da ist er schon so mach mal genau ich guck 25,3k ok der hat ein bisschen was würde ich sagen du schaffst das ich hau da mal drauf ja das machst du gut das ist richtig gut das heil ich da mal hoch soll ich dich retten wenn du stirbst nein nein lass ihn laufen aber gut er schafft den aber der nächste kommt gleich wo war das Problem das ist das ist easy going Tante ist halt schön wenn andere mal die Arbeit machen wir haben es ja eh schon wäre das jetzt unsere Quest hätte er gut gemacht ja dafür muss man ihm Lob aussprechen nee das wäre zu viel ist gut wir sagen aber nur er hätte das ist gut gemacht ja hätte hätte Fahrrad geht dir richtig ok ich habe jetzt was neues es heißt jetzt nicht mehr hätte hätte Fahrrad geht es heißt jetzt hätte hätte Joghurt du hast keine Joghurt du hast keine Joghurt noch kein Zigarette ich habe ihn du hast ihn ja hier ich komme nee bitte nicht das so ist genau wollten was ich wissen Go Amiga Go Amiga Go Amiga Link ach so Go Amiga Go Amiga Link ich hätte ein bisschen warten sollen meine Geistwürfel sind brauchen noch zwei Minuten ja ich kann auch mal nicht so ich bin selber in der Arbeit aber du kannst aber gucken ob hier was drin ist für dich wenn du fertig bist Keks was soll das denn der wäre fast verreckt das geht ja nicht du wolltest ihn doch selber laufen sehen so komm mal eben kurz hier rüber wer beim letzten ist nicht meins 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 war mal gar nichts drin mal gar nichts ja das ist mir auch wusste ich krieg Leder dann jetzt brauchst du noch viel Spaß was brauchst du denn jetzt noch Mammut den ELEC den ELEC nein ELEC ist der letzte das ist der Zahn den du dir ziehen sollst du brauchst das Mammut das Mammut das ist ein ein Rollhuf kein Mammut na gut ist auch eine Art verwandter von dir nein das hat mir schon mal geklärt wenn du erklären wirst du nochmal nein ich verweise hier auf Folge irgendwas hatten wir schon mal geklärt ja ja nee ist klar hatten wir wirklich schon mal geklärt ja du bist genau du bist genauso gut wie Ami nein nein ich bin besser oh Ausrufezeichen vollsaugen haben wollen so und der war auf jeden Fall nicht da ich bin hier keine Ahnung wie oft rum geflogen er war nicht da inzwischen ist er bestimmt da oder wir kriegen eine Instanz Einladung da ist eine was ist denn das guckste mal hier ist er ja der ist auf irgend so einem Hubbel immer ne ja hier ist er komme Hubbel heißt das nicht Hubbel Hubbel nein das ist ein Werkzeug achso was ist denn ein Hubbel naja so wie ein Nupsi ach da ist ja und jetzt müsste Goh äh Gawack ne wie heißt der große Doofnuss oh das war fettes von hinten Moment ja die etwas fettes achso da mach du mal die Arbeit ja mach du mal den großen du schaffst das bestimmt allein du put 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 du und alleine ja das macht nein nein den Banta den Banta im Tabak der Durn alleine da brauche ich noch ein paar Level ok für den brauchst du auch noch ein paar Level ähm könnte sein Moment und die Geisterwürfe Hilfe Hilfe ja die Geisterwürfe wollen grad nicht keine Ahnung warum ich helfe dir ja schon warum gehen die Geisterwürfe nicht weil sie keine doch sie am Beine ja gut ich mach mal ein Heel ich zieh mal die anderen Alex auf mich ja kannst du behalten ja ohne die kriege ich den allerdings nicht alleine das ist klar warum gehen die nicht weil sie gebrochene Beine haben so Schedeböen habt ihr die ja gelootet war nix bei was ihr habt bereits die Kontrolle über eine beschworene Kreatur ähm hä hä muss ich nicht verstehen nein ist ja deine Geisterwürfe on tour oder was ja anscheinend kannst du nicht pfeifen nö er ist kein Jäger ach genau aber ne Pfeife ist ja das sowieso er ist bestimmt Schiri von Outbo ne garantiert nicht meins 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 gehen sie jetzt nö geht nicht meine Geldwürfe sind verbuggt hat er eben nicht für mich gezählt was ist das für ein Mist weil du das jedes Mal selber einsammeln musst ach sammeln ja was weißt du eigentlich mehr als du ja es kann sein tsch sch ich hoffe armee hat die 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 quasi auch mit den kern die habe ich glaube ich fertig ach so macht aber gar nichts sind alles herumlaufen erfahrungspunkte weiß ja ich hau den elementar wird eine birne vielleicht hat er ja diesmal glück schau dir mal ein paar zupfstoßzähne raus ja genau immer meine art verwandten hier verprügeln ist nämlich irgendwas drin ist ob der blinkt für dich für mich nicht der westgegenstand bleibt ihr drin habt ihr schon die zusatzquests von dem luft die luft die ja in welchem luft die luftelemente auch so weiß ich nicht wie das weißt du nicht das muss man doch wissen wer prügelt sich da kommen aber ein stoffflug und bums geisturzflug ja geistwölfe gehen immer noch nicht kann sich nur um stunden handeln ich behaupte mal dass ich da aus und einloggen muss dass die wieder gehen wenn überhaupt da kannst du gleich in instanz machen das kennen wir ja schon die drei voller tankstelle was du du bist du zählst für drei nein 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 also von der schaden her sowieso nicht ich sitz aus pfui platz sitz was ich klopf hier mal was leder für dich platt ja klopfer platt plattes leder ist sowieso immer besser zu verarbeiten ich bin da kein erzjäger sie sind nur gerade im weg das ist rumliegendes gold teufels eisenerz und adamantit kann man hier echt in massen verkaufen ja mit chorium habe ich gemerkt dass das nichts taugt aber jetzt keine gebrauchen kann obwohl es halt dass es uns sehr sehr der instanz der erweiterung war das kommt aber das braucht halt heute keiner mehr ami fliege mal los dann können wir hier hinten bleiben fliege mal zum lager und gib mal deine drei quester der zahn ist sowieso hinter uns der zahnarzt da müsste ich in die richtung ich brauche noch zwei es sind aber nicht zwei ich kann nur bis 1 zählen ja das habe ich befürchtet hau wie ihn droht nimm den daumen der anderen hand noch dabei dann kannst du bis zwei woher willst du wissen dass ich zwei daumen habe gehe ich einfach mal von aus was du gehst heute aus nee heute nicht mehr okay ich wollte schon fragen wohin denn ich muss morgen wieder arbeiten ich gehe heute nicht mehr aus obwohl ich habe spät okay ich kann euch das connect jetzt jetzt dann können wir endlich mal eine zwangspause machen so Dass die لل und in der nächsten folge von heute furtuitber weiter schüßen ciao ...